Nein. Ja, aber ich bin Detektiv. Ja, da bist du auch Detektiv. Da wird geschossen. Ja, bitte auch. Stimmt, stimmt, ich solls nicht provozieren. Und warum hat jemand geschrien? Obwohl wir uns natürlich freuen... Da sind Fester, Achtung! Jetzt blockieren! Wenn sich die Zuschauer kreativ betätigen... Mhm, absolut. Ari, was ist denn bei dir heute los? Sei doch nicht so schörrisch. So bösartig. So bösartig, oh. Was? Geschüsse. Also, Holly ist Inno. Drecksack! Hä? Ja, weil er geschossen hat. Er war schon wundet. Ich bin Detektiv. Und deswegen dachte ich, er wärs. Es ist Inno. Du wirst jetzt exekutiert. Ja, bitte. Okay, aber auch wenn ich Inno bin, ich mag keine... Bleib stehen! Bleib stehen! Okay, Lele, ich bin neben dir. Ich hätte dich töten können übrigens. Ja, ich weiß. Wir haben noch zwei Traitor. Und wir haben außer uns beiden zwei Leute. Also heißt, ich werde auf alle beiden außer dich drauf schießen. Okay. Und Mr. Moor verfolgt mich schon und schießt schon zuerst. Ui, ja. Das war ne schnelle Runde. Ich bin inno. Geht noch irgendjemand? Hallo? Hallo. Hallo. Hallo Mr. Moor. So. So Maudado, ich seh dich da oben. Nein. Hey, ich leb gar nicht. Ne, ne. Hey. Mä zusammen. Ich bin in die Runde gekommen. Achso. Hä? Ich bin glipp. Und Spaß, was ist jetzt los? Ja, wo bist du so? Was machst du so den ganzen Tag? Weiß ich. Heute gut gegessen. Jojo. Nein, nicht schießen! Alles, nur nicht schießen! Warte, nein, das sind Schüsse der Freundschaft. Warte. So. Aua! Jetzt auch. Ups! Wie einfach, wie einfach Kredos X. Ja, sorry, sorry, sorry. Du warst verbundet. Ich dachte, das wäre ne gute Reaktion. Und dann... Ne, 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 ne. Der Zombie hat mir. Der Zombie war Traitor, oder? Ne. Ne, hä? Ich hab nur ein Fass zu dir geworfen. Und du hast in die Hochschule gejagt. Das ist das normalste, was ich jemals mache. Ich hab das Fass hingelegt. Ich hab das alles geplant. Das ist ein Zeichen der Freundschaft. Ich hab das alles geplant. Das war alles in meinem Plan. Alles war in meinem Plan drin. Ja, zurück zu den Fan-Fictions. Halt. Zurück zu den Fan-Fictions. Als ob da gekriegt wird. Ich bitte dich. Das sollte doch nie jemand schreiben. Also, wer gerade zusät, kann gerne eine Fan-Fiction über mich und Kinder schreiben. Oh, Alter, nein, nein. Bitte. Ich werde sie vorlesen. Nein, nein, oh mein Gott, bitte nicht. Wie soll das heißen? Wie soll das bitte schön heißen? Der Schöne und der Elefant? Ihr könnt sie ja dann vertonen. Ihr könnt sie ja beide, also dann vor nicht. Nein, nur weil das mal Cry und PewDiePie gemacht haben, muss das nicht im deutschen Raum etabliert werden. Ich wusste nicht, das ist die beiden. Mor-Zone. 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 Okay, wer schießt da? Wer schießt da? Wer schießt da? Der Mr. Moore schießt wieder rum. Manchmal wünschte ich mir, ich hätte Alzheimer. Holly? Ja, ja, das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Einfach nur um sowas zu vergessen. In solchen Fällen... Ich fand das bei allen nicht erotisch. Ja, ich finde deine Mutter erotisch. Ihhh. Ihhh. Das geht zu weit. Das ist ja widerlich. Au, Mr. Moore hat auf mich geschossen. Das ist ja eh. Warum schießt Mr. Moore wieder auf irgendwelche Leute? Das war aus Versehen. Das war aus Versehen. Ne, ne, das war... Was zum... Bei mir ist der Moore... Mr. Moore hat einfach Spaß. Mr. Moore? Bei mir... Ich hab Holly erschossen. Er hat Mr. Moore umgebracht, glaube ich. Zumindest. Wenn nicht, tut's mir leid. Ich hab einen Traitor umgebracht. Diddy, schieß doch... Auf jeden Fall lag die Leiche vor ihm. Und wenn nicht, dann lag die Leiche vor dir wegen deinem Traitor-Kollegen. Dann tut's mir auch nicht leid. An dem bist du schuld. Nein. Ich möchte aber nur anmerken, dass ich nicht Mr. Moore bin, der da tot am Boden liegt. Danke. Ach, Mr. Moore liegt... Dann ist Mr. Moore... Alter. Wer ist hier? He? Zombie. Liegt da eine Fake-Leiche vor Mr. Moore oder was? Nein. Hä? Hä? Mr. Moore lebt. Ich hab den gerade noch gesehen. Das ist gut spannend. Können wir alle aufhören zu reden, die tot sind? Bitte. Wer lebt noch? Also hier liegt eine Leiche von Holly und Zombie liegt hier rum. Ja. Wann ist es? Wer ist denn überhaupt Detective? Ja, dann ist es Mondado. Ne, ich bin's nicht. Ich hab einen Traitor umgebracht. Und da keiner mehr redet außer du, nehm ich einfach mal an. Du bist Traitor. Nein. Mr. Moore lebt auch noch. Dann töte ihn. Ja, der ist oben auf dem Dach irgendwo. Dieses, dieses, dieses Fließband hochgelaufen. Glaub ich. Ich geh aber jetzt nicht aufs Dach. Dann war irgendjemand. Ich werde angeschossen. Ich werde angeschossen. Ich werde angeschossen. Ich werde angeschossen. Okay. Wahrscheinlich seid ihr beide Traitor. Ich bin nicht Traitor. Ich hab einen Traitor umgebracht. Wer ist denn Traitor? Ich kann mal Mr. Moore good. Delay du Lügner. Was soll das? Natürlich war Dario Traitor, wenn er einfach auf mich drauf schießt. Bist du tot? Moment. Hä? Ja, natürlich. Dario hat Traitor. Okay. Oh Gott. Okay, du sag doch, wenn ich frag, wer lebt und du Traitor bist. Du bist Traitor, oder? Nein. Ich hab gerade alle getötet, die Traitors, also die Innos sind. Und jetzt bleibt nur noch ich übrig. Lüg halt rum. Lüg halt rum. Lüg halt rum. Warte, warte, warte. Nicht töten. Wir können das anders lösen. Wir können das nicht töten. Nicht der Tod beendet das Ganze. Oh, du bist doch. Oh, du bist doch. Denk ich mir noch so. Okay, jetzt möchte er irgendwas cooles machen. Ey. Oh Mann. Aber nein, er bringt mich einfach um. Oh, ich hab ja Bock drauf. Hey, du hättest mich doch auch umgebracht. Ich dachte, Dario ist Traitor. Echt? Ich hätte geschillt. Ohne Witz. Ich dachte, Dario ist Traitor, weil Kiddos nicht mehr geredet hat. Ich hab auf dich geschossen, weil du gesnipert hast. Zombie, wie bist du gestopfen? Ich hab Explosionsfässer angeschossen. Ach so. Oh, zum Herz. Tut mir leid, aber du standst so vor der Leiche. Ich hab gefuckt. Weil der Munition liegt in dem Raum und ich war mir zu unsicher, da reinzugehen, während die Fässer da drin sind. Die Fässer haben sich gegenseitig dann rausgesprengt, um mich in die Luft zu fahren. Toll. Der Detective lag vor deinen Füßen. Holly, tut mir leid. Ja, aber ich hab ihn doch selber gerade erst entdeckt und dann kommt Modan und ballert ihn erstmal direkt tot. Ja, das war auch ein bisschen gemein. Warum nicht? Aber ich hab Dario mal wieder ganz schön Schrot in die Fresse gegeben. Aber er steht ja auf Schrot in der Fresse. Ja. Ja, da kann man auch eine Fanfiction tun. Über Schrot in der Fresse? Man kann über alles Fanfiction schreiben. Hallo, Delay, ich bin Detective. Willst du Coach Detective sein? Ja. Okay. Ja, Delay ist Coach Detective. Yes. So. Warte, warte, das ist unser Büro, Delay. Wir warten, bis unser erster Fall eingereicht wird. Kedos, hast du einen Fall für uns? Hast du einen Fall? Ja, ich bin ein innocent Terrorist, wie geht das denn? Ja, weiß ich nicht. Das ist ein echt Rätsel. Ja, ne, wir nehmen hier nur Fälle an. Wir sind hier ein Detektiv-Büro. Ja. Ja, sein Rätsel ist ja... Ich geh mal kurz zum Felder Shop, okay? Aber innocent. Ich hab einen Schenk mitgebracht. Ich hab einen Schenk mitgebracht. Sag mal, wo seid denn ihr alle? Also, ne, ne, wenn er kein Kunde ist, dann muss er aus diesem Haus raus. Sie ist wunderschön und leuchtet auch bei Nacht. Das ist interessant. Und sie ist ganz frisch gekauft. Holly, Holly, ich war leider gerade ein bisschen AFK, weil ich noch ein bisschen... Hand gemacht. Du baust einfach Lampen mit deiner Hand. Also ich wundere, wenn ich AFK rumstehe, bin ich gerade im Schenk drin. Aha. Ja, verstehe. Das war kein richtiger Fall, Kedos. Nein. Wenn du kein Kunde bist, kannst du gehen. Alter. Ja, aber... Ja, 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 aber... Okay. Weil das jetzt... Hey, 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 Mr. Moritz. Okay, war mein Fall. Mr. Moritz, er wurde immer angeschlossen. Kedos schießt auf mich. Okay, na, ich bin nicht... Ja, ne, solange wir nicht bezahlt werden, die Lay, machen wir nix. Ach so. Okay. Also wir sagen, Chef. Das ist verrückter. Ah! Okay, okay. Wollen wir nicht der Menschheit helfen? Ja, komm, wir helfen der Menschheit. Einmal ausnahmsweise. Vielleicht bekommen wir eine Medaille oder so dafür. Mr. Moritz liegt runter, Mr. Moritz liegt runter. Okay, wohin? Könnt den jemand untersuchen? Oh nein, den kann man nicht mehr untersuchen, oder? Ja, der steht da oben auf dem Dach und snipert. Warte, warte, ich snipe. Nein. Der steht da oben. Wo hast du einen Job? Ah! Der hat jemand zu uns fast geworfen. Nein, das ist ein Stombay. Stombay ist tot. Oder Mr. Moritz. Ach so. Das war gefährlich jetzt. Obwohl, wenn es nicht Stombay war... Okay, wenn ich... Das ist richtig. Na ja, du warst kurz weg. Okay, pass auf, pass auf, pass auf. Leute, Leute, Leute. Ich habe gerade Mr. Moritz umgebracht, weil er auffällig da auf Leute geschossen hat. Aber seine Leiche ist jetzt außerhalb... Ja, warte, warte. Ich will die Leiche untersuchen. Die ist aber jetzt dahinten gelandet. Wie untersucht man die jetzt? Warte. Wo ist denn dahinten? Ja, in ihrem Zaun. Ja, kommt mal raus hier. Da ist Holly. Mal raus. Da, da. Dahinter? Ja, genau. Holly macht mir Sorgen. Kedos? 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 Okay, Holly sagt ja 100% Inno. Kedos? Was? Du lebst noch, okay. Du hast dich gerade so angehört, als wärst du aus Schussel geboren. Nein, 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 nein. Ich bin noch am Leben. Ich dachte nur, Holly war Traitor. Warum bist du verletzt, Holly? Erzähl mal. Weil ich gegen Mr. Mor gekämpft habe. Und Mr. Mor war Traitor. Hast du geguckt? Kedos, 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 Kedos. Ich weiß es ja nicht. Die Leiche liegt da hinten. Ja, das ist natürlich jetzt eine doofe Situation, Holly. Dann geh ich nachgucken. Ich bin Inno, ich geh nachgucken. Ja, okay. Ich will ja nichts sagen, aber zwei Traitor plus ein Inno sind da unten. Außer natürlich Mr. Mor war Traitor. Da ist ein Explosionsfass. Alter, Leute. Das ist echt, das ist so spannend. Komm schon, lass mich in Ruhe. Hör auf mich hinterher zu rennen. 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 Es kommt ein Explosionsfass an. Da renne ich natürlich weg. Natürlich. Nein. Du schießt das Explosionsfass. Keters, 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 Keters. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ich von Holly zielen soll. Hör auf mich zu zielen, okay? Ich weiß nicht, was ich von Holly halten soll. Geh einfach weg von den Beinen. Ich lass die beiden das alleine regeln. War da gerade ein Schuss? Ja, ich wollte auch das Explosionsfass in der Luft. Maudado, sag mal, soll ich Holly töten oder nicht? Nein, nein. Ich trau Maudado. Also Maudado, ich will mit dir zusammen die beiden töten eigentlich. Oh, das hätte ich nicht sagen müssen. Alter. Äh, die Sache ist, wenn Mr. Mor kein Traitor war, dann seid ihr zu zweit. Also ein Inno mit zwei Traitern. Du wirst aber schon, dass Maudado Detective ist, oder? Ich bin Detective. Okay, okay, Delay, Delay, geh weg. Geh weg. Ich bin auch Co-Detective. Achso, stimmt ja, hab ich vergessen. Da ist noch ein Fass, Alter. Da kommt noch ein Fass. Gott sei Dank hast du mich erinnert. Dann ist Holly, Holly, Holly ist es. Holly ist es. Nein, ich klei Kedos, aber ich beklaue. Okay, Kedos isst. Du bist auch innozent. Dann ist es Delay, Maudado. Maudado, töte Delay. Maudado, töte Delay. Okay, Delay schießt, warum machst du das? Und du warst mein Co-Detective? Und du warst mein Co-Detective? Maudado, töte mich. Ich bin hier. Okay, okay. Hätte ich nie gerechnet, dass du zu solchen Dingen fielst. Oh ja, tut mir leid. Mr. Maud, was hast du? Er war Traitor. Er hat mich doch umgebracht. Immer den Leuten, denen man vertraut, werden Traitor. Wenn jemand im Leben vertrauen kann, wem soll Maudan vertrauen? Verdraue. Ich dachte, du bist im Shop-Zomber, deswegen hab ich dich getötet. Holen sie sich jetzt den Dario fürs Leben für nur 12,99 Euro. Ich mein, Delay, du warst so aufrichtig. Du wolltest ohne Gegenleistung helfen. Deswegen hab ich gedacht, nur ein wahrer Inno. Ich wollte euch da rauslocken. Nur ein wahrer Inno würde das tun. Die Innos sind ja hier eigentlich Terroristen. Das heißt, eigentlich warst du der Gute. Ja, das sind ja eigentlich alle Terroristen. Alles in der Nähe. Aber im Jahre 2030 haben wir eine Klassengesellschaft, bestehend aus Innos und... Voll die Dystopie hier. Ja, genau. Hast du mich gerade schwul genannt? Ja.